Galaxus ist ein Onlineshop und wir vertreiben von der Zahnbürste bis zum großen Kühlschrank eigentlich alles und ich hatte die gute Aufgabe auch als Projektmanagerin und habe da den Bau der neuen Halle beauftragt bzw. mit begleitet und konnte mich da bei der Umsetzung mit einbringen. Der große Unterschied bei PreGIS ist, dass wir da eine Gesamtlösung gefunden haben, die von einer einfach zu bedienbaren Maschine, die auch noch ein sehr geringes Gewicht hat, mit Silos, die man von der Decke hängen kann, also auch keinen Platz wegnehmen und dann noch mal eine Folie zu gewinnen, die einen guten Schutzfaktor bietet. Das war das Argument für PreGIS. Die Folie von PreGIS ist hochwertiger, lässt sich einfacher handeln, gerade bei kleinen Paketen und das merken wir daran, dass die Kundenretouren deutlich ringer geworden sind in den letzten Wochen. Das ist halt ein klares Zeichen, dass die Folie auf jeden Fall die richtige Wahl war. Wir haben halt vorher haben eine Flurfolzerfolie aus Körben gehabt und der Mitarbeiter musste immer so runtergreifen und jetzt greift er im Prinzip einfach nur mit den Armen einfach in den Korb und holt die Folie raus. Das lag uns am Herzen, dass es aeronomischer ist für die Mitarbeiter. Für unsere Abteilung und für unser Team und die Firma im Allgemeinen steht immer im Vordergrund, dass wir möglichst nachhaltig arbeiten. Uns ist es wichtig für die Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden immer eine Atmosphäre zu schaffen, die zeigt, dass wir in die klimaneutrale Richtung gehen wollen. Wir haben halt einen Partner gesucht, für den das Thema Nachhaltigkeit auch sehr, sehr im Vordergrund steht und dann haben man sich bedanken gemacht und man hat gemerkt, das passt zwischen uns und gerade diese New Zero Folie, die CO2 neutrale Folie, die PreGIS jetzt im Angebot hat, hat uns natürlich direkt angesprochen und dann war es klar, dass wir die Folie bei uns im Unternehmen einsetzen. Von Anfang an würde ich sagen, war ein sehr guter Kontakt zwischen dem Vertreter oder dem Kundenservice und mir vorhanden. Es war eigentlich von Beginn an leicht und durch die vielen Vor-Ort-Termine hatte ich auch keine Sorge, dass das Projekt nicht rechtzeitig umgesetzt werden kann, weil ich immer gut abgeholt wurde. Den Prozess habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden, sowohl bei den ersten Gesprächen als auch beim Aufbau war die Zusammenarbeit von den drei Unternehmen sehr angenehm und hat alles reibungslos funktioniert. Ich glaube, die größte Rolle spielt dabei die Zuverlässigkeit. Wir brauchen einen Support, der auch in Peak-Zeiten zur Stelle ist, der schnell kontaktierbar ist und vor allem auch eine Firma an der Seite zu haben, die uns immer wieder mit guten Lösungen überrascht, gibt uns einfach ein gutes Gefühl. Ich denke, das ist wichtig für eine Partnerschaft. ihre Einzelmehrliothek 0 0 0 0 0 0 0 0